hallo lieben willkommen zu einem neuen video danke danke leute ja wir haben die trein für mich wenn ich nackt und jetzt gibt es schlecht allein zu haus besser ich bin im zimmer also nicht im zimmer sondern ihr werdet schon sehen lasst euch einfach überraschen so sie kein bock die zwei bleiben einfach war ja der mensch ja darum kommt die stelle die lasse ich einfach liegen werden schon nichts tun oder die besprechen oder lehne sagen wir haben so sind zwar nicht so oft und dann gehe ich jetzt mal was essen die hat mich ja einfach hingelassen das geht sowas gar nicht und hier das hat auch blöd hingestellt mal gucken was macht können die nicht das besser aufbauen mal gucken wo die anderen sind warum muss ich eigentlich hier stehen ich mich eigentlich anders herum kann es nicht mehr raus lassen nö bitte dreht sie doch rein ihr ernst geht doch ganz einfach ach das werden die doch nicht bemerken fritz ja wo gibt es essen ich habe hunger damit werde ich nicht satt auf dem haufen dach ich will hier eigentlich nicht mehr stehen das weißt du schon dass es auffällt und mir ist egal ob es auffällt wird eh niemandem auffallen ich will zu meinem freund die tüße zu schlossen sie ist ja klug das ist ja auch gar nicht aufgeräumt hi renaldo hast du vielleicht noch was zu fressen oh nein doch aber der typ wollte was zu essen ok wie läuft es bei dir ach ich muss hier stehen bleiben leider sonst fällt es auf ok ich gucke mal was ich mache mir ist normalig ok hm hm was gibt es hier zu entdecken oh cool da kann ich mich verstecken naja in diese kleine ecke pass ich doch nie im Leben da gibt es auch nichts spannendes was ist das denn für ein Ding au da fällt man ja hin ist das rutschig hui hua au ich glaube ich gehe hier immer drauf vielleicht kriege ich noch von ihr ecker wenn ich wenn ich flecken äh wenn ich hier irgendwo einen matten habe oh da fällt man ja schon drüber hm was kann ich denn noch machen hier gibt es fast gar nichts ach hi holand hi äh kann ich mit dir fahren na klar fahr vor steig ein ok wiii wohin äh zu einer grünen Wiese zu einer grünen Wiese wohin zu einer grünen Wiese habe ich gesagt oh ich bin nicht hau mal ab hä äh äh ist da noch Platz ja na klar ja da 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 ok die Fahrt geht los oh gott sind die Jungs einfach bescheuert au ich sag ich bin ungefallen stell dich wieder hin zählt auf au so besser ja stell dich so hin Mama darfst du meinen Freunden den ja mein Schatz aber wenn irgendein getrappelt zu hören ist sei wieder da es fällt nämlich auf ok Mama ich das durchzwingen au häi so häi häi äh boah Mensch geh mal weg hallo 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 ich will was essen oh mhm ja okay essen oh hier grün genug ja na klar hält doch nicht auf oder ne das war ja mega Aua, es hält auf. Ist mir doch egal. Oh, schön melzen. Hält gar nicht auf, oder? Nö, warum soll es auffallen? Frage nur. Aber jetzt können wir die Gegend erkunden, wie die es behält. Stimmt, da muss ich so wieder hochkommen. Okay, versuchen wir. Au. Das kann doch jeder Mensch. Hui. Au. Ich will da hochkommen. Du bist so blöd. Oh, warum muss man so dick sein? Das Schire-Haus macht es sehr anders da. Ich will da hochkommen. Auf das Bett. Gut. Garge. Aber. Mal versuchen. Gut. Hier steht. Gut, es muss nur noch hochkommen. Warum haben Pferde und die Füße oder Schleich. Okay. Äh. Äh. Okay, Anlauf. Yay. 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 Mein Beleidiger. draufkommen. Ich muss das schieben. Ja, genau so. Geh doch mal weiter, sonst komm ich in die Straf. Vollengall ab. Okay. Dann versuch ich mal nach oben zu kommen. Ja, eine Stufe höher. Warte da oben mal. Ja, das steht für uns. Jetzt müssen wir da nur da hochkommen. Ich habe auch eine Idee. Moment, ich hole das Ding mal. Warum muss ich eigentlich bei dir stehen? Na ja, soll ja nicht auffahren, oder? Nee. So, wir lernen jetzt mal die wichtigsten Dinge. Können wir nicht jetzt mal reiten? Nein, es fällt auf. Und deshalb erzähl ich dir jetzt etwas. Schreibe es hundertmal ab. Habe ich irgendwo einen Platz? Äh, oh. Dann macht es sowieso. Bin ich hier in der Schule? Nein, aber was soll ich? Nö. Nö, kein Bock. Oh Gott, ihr habt keinen Bock. Ich glaube, ich gehe. Jetzt. Ich. Weißt du? Ich möchte mich jetzt krank. Tschüss. Fuii. Oh, okay. Oh, da kann ich jetzt auch mein Pferd füttern. Hey, ich auch. Hey, ich muss meine Pflegebeteiligung fügern. Und ich. Bleib hier mal loszustehen. Hey, komm doch nach oben. Okay. Hey. Hey. Puh. Hallo. Puh. 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 Ach, ist das bitte gemütlich und so fies. Rampstar. Yay. Das hält doch nicht auf. Hält nie. I, 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 i. Äh, ich habe mich dann anerliert. Na 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 Hey, ich hab das Ding endlich geholt. Muss ich nur hier raus noch. Was hast du denn da gesehen? So spannend. Ach, guck mal, das Ding. Okay. Das hat ja lang gedauert. Ja, hier hat er runtergefallen. Und drauf. Oh, wuh, yeah, juhu. Wuh. In Schauehaus würde es ja schaffen zu springen. Hör. Ja, gut. Und, wuh, wuh. Ah, ist das schön. Oh Gott, ich hab schon gehört. Hinten hin. Was? Ah, okay, gut. Ich hab mich ganz normal hin. Äh, ja, werben passen. Ist mir egal, wie ich dich jetzt hinstelle. Aua. Okay, alle. Mal gucken, ob irgendwas wieder angestellt worden ist. Wie beim nächsten Mal. Wahrscheinlich nicht. So gut, wie ich die kenne. Was läuft hier ab? Was machst du hier? Ach Gott, Peppa. Ich hab alles schön aufgeräumt. Wollte ich nicht. Wollt nur randalieren. Ah, okay. Das räumst du auf. Kann ich aufräumen mit einem Hund. Aber randalieren kannst du. Und, wer war das jetzt mit dir so bockst? Was machst du hier? Was machst du hier? Was? Oh, oh, ist mir aufgefallen. Äh, 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 äh. Man kann nicht, man kann euch keine 13 Minuten mal alleine lassen. Und, äh, was macht ihr da so aus dem Stab? Oh, Gott. Ich muss hier raus. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen habt, lasst doch einen Daumen da oben da. Vergesst ihr, glaube ich, nicht. Und danke nochmal an die Traumstumalenten. Tschüss.